Die diesjährige fünfte Show von Let's Dance ist zurückgekehrt und hat die Zuschauer nach fast zweiwöchigem Warten nicht enttäuscht. Eine lebhafte und farbenfrohe Party, perfekte Auftritte begannen zu erscheinen. Die Osterferien und eine längere Zeit scheinen einigen Prominenten zu Höchstleistungen verholfen zu haben. Das sind die einzelnen Let's Dance-Tänze und dazugehörige Spots. Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin tanzten den Quick-Step und erzielten 16 Punkte. Jana Vosnitzer und Vadim Gabuzov 29 Punkte mit langsamer Walzer. Detlef Soest und Ekaterina Leonova erzielten im Samba ebenfalls 29 Punkte. Sofia Thiel und Alexandru Ionel gewannen 19 Tango-Punkte. Lulu und Massimo Sinato 28 Punkte mit Charleston. Mark Keller und Katrin Menzinger holten 23 Punkte für Slowfox. Gabriel Kelly und Malika Chumef erreichten mit Tango die perfekte Punktzahl von 30 Punkten. Björn Katilatu und Marta Arndt 23 Punkte Contemporary, Tony Bauer und Anastasia Stan 23 Punkte Wiener Walzer. Schließlich erzielten Stefano Zarella und Maria Maxina 19 Samba-Punkte. Gabriel Kelly hat sich als einer der Lieblingskünstler bei Let's Dance und als Top-Anwärter auf die Meisterschaft etabliert. Mit Nothing Else Matters ist er nahezu perfekt auf der Tanzfläche. Joachim Jambi äußerte sich nur kurz zu diesem Auftritt. Sie sind für mich der beliebteste Mensch hier. Auch Gabriel Kelly war nach seinem Auftritt voll des Lobes. Das ist wirklich die schönste Reise, die ich je gemacht habe. Für Stefano Zarella kam es noch viel schlimmer. Als er mit Maria Maxina zu Günthers Moliendo Café Samba tanzte, schied er aus. Eine Entscheidung, die auch Moderator Daniel hat.